Moin, wir sind Jan und Monty vom Roundtable Oldenburg. In diesem Jahr haben wir das erste Mal die Osterheldenaktion in Oldenburg organisiert. Durch eure Unterstützung konnten wir Gelder einsammeln, mit denen wir soziale Projekte für Kinder und Jugendliche in und um Oldenburg unterstützen können. Jetzt möchten wir aber direkt zur Verlosung kommen der Hauptgewinne. Dazu möchte ich das Wort einmal an Monty geben, der die Verlosung durchführen wird. Ja, vielen Dank Jan. Erstmal auch von meiner Seite aus vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. 8640 Hasen haben wir im ersten Jahr eingekauft und ich muss sagen, wir sind komplett ausverkauft, haben alle Hasen dieses Jahr verkauft. Das ist wirklich ein tolles Ergebnis und vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Und um dann auch eine Gewinnerin oder einen Gewinner führen zu können von unseren vier Hauptpreisen, die wir haben, möchten wir jetzt mit euch gemeinsam einmal auf den Zuweisgenerator schauen. Dafür teile ich einmal meinen Bildschirm. So, wir haben hier einfach mal die Zahlen von 1 bis 8640 eingegeben und werden jetzt der Reihe nach unsere vier Hauptgewinne beküren. Den ersten Preis, den wir verlosen, ist ein 300 Euro Einkaufsgutschein von Leffers und den gewinnt die Los Nummer 5094. Herzlichen Glückwunsch. Machen wir weiter mit dem nächsten Preis und zwar mit zwei Übernachtungen auf dem Abfahrthotel Westerow auf Wangeroo. Den gewinnt die Nummer 6191. Herzlichen Glückwunsch. So, kommen wir zum nächsten Preis, den Weber Gasgrill von Holzland Vogt. Da machen wir einmal die Ziehung. Die 3.082 gewinnt den Weber Gasgrill von Holzland Vogt. Herzlichen Glückwunsch. So, dann kommen wir auch schon zum letzten Preis, zu unserem Hauptgewinn und zwar dem 1.500 Euro Möbelgutschein bei Möbelbus. Kommelmöbel. Den gewinnt die Nummer 957. Herzlichen Glückwunsch. Ja, an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner oder Gewinnerinnen. Wenn ihr jetzt gewonnen habt, meldet euch gerne bei uns bei moin at osterheldenkut.de, um einmal die Gewinnübergabe zu klären. Auch von meiner Seite nochmal alles Gute an alle Gewinner. Wir freuen uns, dass ihr uns unterstützt habt und hoffen, dass ihr uns auch im nächsten Jahr wieder unterstützen werdet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.